Ein Wild, das ursprünglich unter irrischen Originalfassung eine unglückliche Liebe geschildert hat, die insofern unglücklich war, als sich ein armer Handwerker in die Frau eines hochdekorierten Offiziers verliebt hat. Nein? Doch. Doch. Und dann gerade in der Küche das Dechtelmechtel angefangen hat, kommt der Offizier nach Hause, der natürlich sehr kampfeslustig ist. Bei uns geht das nicht so blutig aus wie die heutige Geschichte, aber es wird zwischendurch durchaus sinnlich. Du hast schon in Mitzes Stüber, auf Nacht gemütlich haben, die Mitze kennt man wegen der Schnitzel und wegen ihrer Lager. Hier lebt schon stärker der Tür für den Rösel. Ja, das ist eine Kruche, aber viel mehr die Mitze fragt, was lachst du denn da? Ich spiele auch an der Rösel. Schimpf gar nicht, Mitzitz, treu ihr, sonst ist irgendwas in dem Kani. Und rundet gar lachst du und guckt sich tief mit St. Kani. Da lag ich mit den Fingern zu, da ist ja kein Kani mit dem Tura-Puppi rein. Tura-Ura-Puppi, Tura-Schnucki rein. Ja, Tura-Ura-Schnucki. Die Mütze seufzt, dabei ich spüle mit ihren runden Arben. Ich hebe einen Kittel, aber du Schwarz, fangt sich schon eins zusammen. Was macht's denn eh's, Herr, im Rösel, im Blutzerrat, im Alten? Wie's ab dem Innere stehen, denn so ist die Ruhigverhalten mit dem Tura-Puppi rein. Tura-Ura-Puppi, Tura-Schnucki rein. Ja, Tura-Ura-Schnucki mit dem Tura-Puppi rein. Tura-Ura-Puppi, Tura-Ura-Schnucki rein. Ja, Tura-Ura-Schnucki rein. Ja, Tura-Ura-Puppi rein. Ja, Tura-Ura-Beat-Schnucki.